Die Anzahl der Instanzen eines Bauteils oder einer Baugruppe kann im Modellbaum unter Part Instances ausgewählt werden. Wählt man die Fläche einer Instanz aus, kann man über Multiple Selection die Fläche aller Instanzen hinzufügen. Anschließend kann eine Beziehung hinzugefügt werden. Bei der Multiple Selection wird zwischen paarweisen Beziehungen und allen möglichen Beziehungen unterschieden.